In diesem Video möchte ich dir die Meditation Supernatural vorstellen. Activate your hidden talents and abilities, also aktiviere deine verborgenen Talente und Fähigkeiten. Das ist eine Quantenmeditation, die sehr, sehr intensiv wirkt. Das bedeutet, dass man im EEG sehen kann, während du diese Meditation machst, wie sich dein Gehirn verändert und wie sich die Neuronenmuster im Gehirn verändern. Du hast unmittelbar nach der Meditation schon eine Wirkung. Wenn du sie öfter anhörst, dann wirst du merken, wie sich das Ganze in deinem Leben verändert. Und dein Gehirn, dein Verhalten sich dementsprechend verändert. Es geht an, dass du in der ersten Phase, die führe ich dich in eine tiefe Entspannung hinein und dann geht es an, dass du dich selbst vorstellst, eine andere Version vor dir. Also du stellst dir dich vor und dann stellst du dir eine andere Version vor dir vor, zwar auf der linken Seite. Denn links ist immer die Zukunft und wenn du links die zukünftige Version von dir vorstellst, dann und zwar die Version, die schon deine Ziele erreicht hat, die deine Wünsche, alles wie du sein möchtest, was für ein Leben du kreieren möchtest, schon erreicht hat, diese ist links neben dir, die sozusagen dein Traumhaus hat, den Traumpartner, Traumeinkommen, Traumleben führt. Und diese Version hat ganz spezielle Talente, Fähigkeiten, Verhalten, Qualitäten und so weiter. Und dann geht es darum, dass du dir vorstellst, wie diese Version mit deiner Version verschmilzt und wie sich diese Talente und diese Fähigkeiten auf dich übertragen. Und dann gibst du dir deinen Raum dafür, dass ich das Ganze öffnen kann, dass du das empfangen kannst. Da gibt es übrigens eine Meditation in unserer Brainwave 3D-App, wo du empfangen lernst, falls du dir da schwer tust. Und dann geht es darum, dass du dir vorstellst, wie verläuft ab jetzt dein Leben, wenn du diese Talente, Fähigkeiten und Qualitäten hast. Und du stellst dir das Ganze dann vor. Was würde sich verbessern, wie würde deine Realität aussehen, wo würdest du leben, wie würdest du dich verhalten und so weiter. Und dann geht es darum, dass du dir Menschen in deinem Leben ziehst, die ähnliche oder die genau diese Qualitäten haben. Das können deine Vorbilder sein, irgendwelche berühmten Menschen, tolle Musiker, Künstler, wer auch immer. Und du übernimmst von ihnen auch die Talente und Fähigkeiten und so weiter und empfängst das Ganze. Und dann kommt die nächste Phase, wo du diese Talente und Fähigkeiten verstärkst und multiplizierst. Du wirst immer besser und besser und das Ganze stapelst du auf. Und dann führst du dich sozusagen immer besser und dann stellst du dir vor, wie diese Quantenversion in deiner aktuellen Gegenwart, also mit dir selbst, verschmilzt. Und wie sich das Ganze nochmal überträgt und wie du dadurch auf eine andere Zeitlinie kommst. Und so führst du dich dann sozusagen in den gegenwärtigen Moment und du übernimmst diese Fähigkeiten und diese Talente zu deinem neuen Bewusstsein. Du kannst diese Meditation, diese Quantenmeditationen, kostenlos testen in unserer kostenlosen Brainwave 3D-App. Diese kannst du sieben Tage lang testen. Einfach auf brainwave3d.com slash premium oder du ladest sie einfach im App Store runter. Viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video.